I say hello to all my demons So wird's gemacht Kann sie Unterm Steg durch, um Cash mit Swalom zu zeigen Und mit Bayern wirklich ist so klasse gelaufen Aber sie geht mit einer Lose Von 105 Und los geht's Peschen und Nadine Alsuth Auf ihrem Weg vielleicht zum ersten Fehlerfreien Da konnte sie den Mund schön über die 5 schicken Und da fällt die Stange aus Ein Parcoursfehler Aber auch hier, dem Parcours geht es natürlich Den Lauf zu Ende zu bringen Mit einer Wertung, Achtung Slalom Eingang Sehr gut gelöst Vielleicht sind ja noch Pünktchen drin Und auch mit einem Parcoursfehler Das wird man nachher sehen Wie das Ergebnis insgesamt ist Ansonsten guter Lauf von Nadine Alsuth Und Peschen Da nochmal gut verzögert Ein und 20 Zwei und 20 Und es geht ins Ziel Wien startet hier auch mit drei Hunden Bei den Qualis dieses Jahr Beziehung sogar mit vier Hunden Mit Louis Die ganz mal fällt die letzte Woche. Und jetzt mit drei Latschungen. Zwei Latschungen, ein Interviel. So, sie ist jetzt aktuell außen an der Neun. Über die Hand in den Tunnel. In den Slalom rein. Wunderbar, einwandfrei. Das kann Peschen. An die Hand. Vor, in. Ah, da fällt die Stange. Schade. Dicke. Ansonsten hier ein Blitz. Sauberer Lauf. Ohne Wenn und ohne Aber. Jetzt rennt sie. Auf den Steg. Super getroffen. Den Franzosen. Und ein Zipp-Topp-Lauf hier. Das war jetzt mal eine Bombe. So, und jetzt sehen wir Nadine Altschut und Peschen. Und auch hier sind die Daumen geschluckt. So, vier auf die Hand. Warnort rufen über den Doppelsprung. Sehr gut. So, hopp, hopp. Über den nächsten Sprung. Kommt gut nach vorne. Komm Nadine, lauf, lauf, lauf. Und das schaffst du zu ziehen. Jawohl. Weiter geht's. Über die Mauer. In's aus. Gut gemacht. Hopp, Slalom. Gut gemacht. Das läuft für die beiden. Jetzt den Fokus behalten. Körperspannung behalten. Wach bleiben. Das machen sie sehr gut. Schaffen den Franzosen zu 19. Aufwand. Sehr gut. Und es sind noch zwei. Come on. Come on. Reinrufen. Reinrufen. Ja. 36, 39. Und damit geht sie auf. Rang 3. Nadine Alsuth. Von Gewicke. On Euro War.